Hey Leute, in diesem Video für das erste Mal, wie man eigentlich den Echo Pop einrichten und somit natürlich auch mit Amazon Alexa richtig verbinden kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal den Echo Pop und werde ihn jetzt Schritt für Schritt in Betrieb nehmen und zuerst einmal sollten wir uns natürlich alles ordentlich auspacken, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Im nächsten Schritt benötigen wir mal unser Smartphone und sollten jetzt darauf achten, dass auf jeden Fall unser WLAN und auch Bluetooth aktiviert ist. Und dann geht es mal darum, dass wir uns auf jeden Fall aus dem App Store die Amazon Alexa App herunterladen, diese öffnen und dann auch mit einem bestehenden Amazon Konto anmelden, wo wir zum Beispiel den Echo Pop gekauft haben oder wir müssen auch ein neues Konto erstellen. Wenn das passt, benötigen wir mal unser Netzteil und können dieses auch schon hier hinten einmal in das Gerät hineingeben und danach natürlich auch noch hier vorne den Stecker in eine passende Steckdose hineingeben. Und jetzt sollte normalerweise nach kurzer Zeit auch schon dieser Lichtring hier oben blau aufleuchten und nach circa einer Minute, wenn das Ganze richtig hochgefahren ist, dann leuchtet es hier oben auch schon orange. Das Licht leuchtet orange, weswegen wir auch schon bei unserer App weitermachen können. Und normalerweise sollte hier auch schon ein Fenster aufploppen, wo wir die Einrichtung weitermachen könnten. Falls dieses Fenster nicht aufploppt, dann müssen wir unten auf mehr draufklicken und ein neues Gerät hinzufügen. Wie gesagt, bei mir funktioniert es aber, weswegen ich auf Zustimmen und Fortfahren klicke. Und wenn sich das WLAN automatisch verbunden hat, dann haben wir die Verbindung eigentlich auch schon richtig hergestellt, weswegen ich mal auf Weiter klicke. Hier ein paar Tipps, wie man das Ganze richtig anwendet und wenn auch das passt, wieder auf Weiter klicken. Sprache möchte ich natürlich auch auf Deutsch lassen. Im nächsten Schritt können wir noch den Raum auswählen, wo sich unser Echo Pop hauptsächlich befindet. Falls wir nur ein Gerät haben, können wir das Ganze mit gutem Gewissen überspringen bei mehreren Geräten. Da wird es aber dann doch relativ leicht unübersichtlich. Ich möchte es jetzt aber erst einmal überspringen. Meine Stimme könnte ich auch hinterlegen, dass das Gerät mich auf jeden Fall besser erkennt. Ich möchte das erst einmal nicht machen, weswegen ich hier oben auf Überspringen, ja, Überspringen klicke. Die Adresse, wo sich das Gerät befindet, würde ich auch mal angeben. Ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man zum Beispiel nach dem Wetter in der Umgebung fragen möchte. Und wir können auch schon die ersten Schritte mit Alexa starten. Alexa, wie viel Uhr ist das? Es ist 10.55 Uhr. Das klingt doch super, weswegen wir unseren Echo bzw. Echo Pop auch schon richtig eingerichtet haben. Wenn du dafür zu Hause jetzt übrigens in Echo Pop oder natürlich auch andere Geräte, wie zum Beispiel in Echo Dot oder Echo Show zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.